hallo meine lieben abonnenten und zuschauer ich wollte hier nur noch etwas sagen was er schon länger hätte sagen sollen und zwar ich bin am 14 8 also am donnerstag bei der gamescom 2014 in köln mit meinem freund william also ich werde wahrscheinlich um 12 uhr ankommen ich werde dann versuchen zu so früh wie möglich zum nintendo stand zu kommen ich werde dort wahrscheinlich von zwölf uhr bis 1 sein oder eben ja so viel so früh wie möglich halt und auch öfters ansonsten werde ich wahrscheinlich hauptsächlich bei den ständen sein wo man essen kann oder dort wo eben william gerade hin will das heißt falls der ein oder andere mal lust habt und wahrscheinlich auch william kennenzulernen der hat dort die gelegenheit also falls also ja das wäre es eigentlich bis dann so Vielen Dank.